Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Stream Ankündigungsvideo. Ja, ich dachte mir, du hast lange nicht mehr gestreamt, dann machen wir das mal wieder. Wir treffen uns heute um 13 Uhr in Morland bei Jenna. Wir werden ein bisschen leveln gehen, ist egal welches Pferd, Hauptsache irgendeins. Wir können ja ein Mustang leveln machen, also nur natürlich, wenn ihr einen Mustang habt. Wenn nicht, dann könnt ihr natürlich auch jedes andere Pferd nehmen, was ihr habt oder was ihr gerne leveln möchtet. Ihr könnt gerne Freunde mitbringen und je mehr, desto besser. Ach ja, wir treffen uns auf Server 1. Das ist vielleicht auch noch wichtig. Und dann freue ich mich natürlich sehr auf euch. Bis dann, tschüss! Bis dann! Bis dann!